Sie haben sicher schon gehört, dass Stemfett die gesündeste Art des Kochen ist. Aber haben Sie auch gewusst, dass es in der neuen Gare- und Bachfolie Papier zu einfach geht, Gemüse, Fisch oder Poulet liert und mit wenig Fett zuzubereiten? Sie ist nämlich die einzige, die auf der Innerseite Backpapier hat und auf der Aussenseite Alufolie. So bleibt ihnen nichts klappen und das Formen ist total unkompliziert. Das heisst, alle Zutaten werden im Foliebäckchen verpackt und dann sanft im eigenen Dampf gärt. So bleiben die gesunden Vitamine und das volle Aroma erhalten. Die Garen in der Folie ist darum die einfachste Art, um gesund zu kochen. Für mein Gemüse-Poulet-Gericht habe ich hier mein Gemüse schon vorbereitet und geschnitten. Jetzt gebe ich einfach noch meine Poulet-Stücke dazu. Für ein volles Aroma schneide ich hier ein bisschen Knobli und frische Krüter. Das Ganze noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzen und ein bisschen Olivenöl darunter mischen. Als nächstes nehme ich ein Stück Gare- und Bachfolie und tue sie, damit eben nichts anklappt, mit der Bachpapierseite an oben hinlegen. Wie viel sie brauchen, hängt davon ab, ob sie das ganze Gericht in einer Folie oder für jede Person ein eigenes Päckchen zubereiten möchten. Jetzt fülle ich einfach meine Gemüse-Poulet-Mischung in die Mitte der Folie und lege noch ein Zwickli Thymian und ein Schiebli Zitrone drauf. Anschliessend muss ich das Päckchen gut verschliessen, damit der Saft und das Aroma erhalten bleiben. Und weil die draussen Seite aus Alu ist, kann ich das Päckchen formen, wie ich will. Es behaltet immer seine Form. Das Ganze geht jetzt in den Ofen für etwa 20 Minuten bei 200 Grad. Und jetzt der beste Teil, die wunderschöne Präsentation. Ein Päckchen auf den Teller legen und oben vorsichtig die Folie aufmachen. Mmmh, der Duft! Und schauen Sie das perfekte Ergebnis an. Genau auf den Punkt. Probieren Sie also die Gär- und Bachfolie Papier aus und erleben Sie selber, wie einfach Sie da drin tolle Alltagsrezepte zubereiten können. Mit wenig Abwäsche und kleinem Aufwand gibt es ein super Resultat mit intensivem Aroma, welches erst noch wunderschön aussehen auf dem Teller. Ja. J gibts точik singen. Ja. Das war deine Äisses Ziel. Ja. Das war mir. Wir mendeln. Untertitelung des ZDF, 2020